Ich habe keine Granaten mehr und ich habe wenig Munition. Wir können nochmal nachladen. Ja, ich sollte es aufhören mit den Rhymes und Rhymes. Was für Rhyme mache ich denn? Okay, noch Cable. Ich weiß, wo Cable ist. Jetzt los geht's los. Äh, falsche Franchise, Junge. Wade, das muss die dämmeste Idee sein, die du jemals hattest. Der Risiko ist considäabel. Das ist mein... Great Cable, Cable. Ich bin super, ich sehe in den E-Kreis. Verdammt, Wade. Ich will, glaube ich, in der Zwischenzeit eben was trinken. Oh, wach, 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 wach. Oh, wach, oh, wach, oh, wach. Boah, ich muss mich gerade richtig schnell beeilen, richtig schnell beeilen. Ich will hoffen, ihr habt das nicht so doll gehört, dass ich etwas getrunken habe, weil... What the fuck? Okay, hier waren wir gerade. Okay. Nein, 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 nein. Ich wollte noch schießen. Scheiße, okay. Okay. Oh, Mann. Ich wollte gerade ehrlich die Tasten da unten drücken. Aber das Spiel hat mir keine Zeit geben. Was wäre, wenn ich die Tasten da unten drückt hätte? Also, wenn ich es zu schaffen hätte, geschafft hätte. Ich wusste es. Oh, Mann. Ah, hier waren wir auch vor ein paar Parts. Alter, die killt die sogar mit einem. Okay, jetzt kann ich aber... Scheiß drauf. Nein, 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 es geht wieder... Los. Oh, 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 da ist ja so ein... Mongol-Man 3000s. What the fuck? Zay, das ist der Plan ever. Ja, wir haben gesagt, Cable, das ist ein guter Plan. Flawless execution, perfect timing. One unserer finest Moments. Ich habe mich ein bisschen verabschiedet. Alles Teil des Planens. Ich habe mich ein bisschen verabschiedet. Ich hoffe, Peter ist okay mit dem Budget. Budget? Oh, wir zeigen ihm Budget. Ja, watch das. Hey, da ist Rogue. Flying just like uns. Flying right at uns. Demo, look out. Baaah. Hm, hm. Being upside down is fun. Deadpool, quit fooling around. I can't hold... Ah, the sweet southern belle from Mississippi. Rogue is hotter than the sun in the summertime. She says shit like that. Rogue absorbs the skills, powers, memories, and anything else through skin-on-skin contact. Hey, I could get down with some skin-on-skin contact. Being upside down is fun. Deadpool, quit fooling around. I can't hold on like this. Wait, you're rogue. You can fly. Fly away. Fly away, little rogue. Oh, oh, oh. What the fuck. Das wird gerade ein bisschen schwer hier. Going down. Deadpool, I'm slipping. Hold tight, bro. I'm killing these bastards as fast as I can. Fazy wall dudes again. Those guys are tricky. Sie ist untergefallen. Ah! Gotcha. Wait till Sinister gets his hands on you. Isn't that blockbuster? Shit. That's not good. This is gonna hurt! Ah! I gotta get my head out straight. Nice ass. Wait, that's our ass. We'll need to find our arm, and we'll have the head back on. Damn it! Even the controls are back up. Pretty confusing. Come on, Blair, figure it out! Is that Mr. Shugams? What's he doing down here? Nein, 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 nein. Nicht mein Arm. Oh, the mud has good taste. Ah, ha, a bit. Grab it. Don't make me hurt you, Boo-Boo. Come on, don't you have balls to lick? Come on, my balls. Also, umgekehrt drehen, äh, Dingson, wie? Want a treat? Okay, now don't go anywhere. There we go. Au! Ah! Much better. Good boy. Who's your good dog? Okay. That's right, Sid. We're not going to find the X-Bade. Who? You know. Rogue. Spread out. He's got to be down here somewhere. No one could survive that. I'm not going to die. Ach, hold the Fresse. No, 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 no. Where's he going? Where's he going? Where's he going? Where's he going? What's he going to do? Where's he going to go? Where's he going to go? Well, now you'll never get a headache, kid. Hey. Also, kein Kopfschmerz mehr. Für alle, die es nicht verstanden haben. Weil die nicht so englisch-prost sind. Meine... Ja, hier ist gar nichts. Ups. Äh, nein. Ich möchte jetzt mal hier durch. Ja. Ich hab... Ah, cool. Ich hab hier Granaten und so. Auf jeden Fall, intergieren erst mal. Ups. Ups. Let's see, what's behind Tor No. 1. Nothing special. So, where are we now? Looks like some kind of genotian prison. Prison? I was able to read a blurb about it before someone tore up Highmoon's script. Hey, that was cathartic. I don't know why we're still trying to follow that stupid script. That's what we've been doing? Whatever. New script. Safe room. Make her fall madly. Love with us. Done. Happy? We're better at improv. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da vielleicht? Maybe? No? Nee, sieht nicht so aus. Hier sieht man gar nicht so aus. Soll ich hier vielleicht hoch? Ah, das sieht schon mal gut aus. Hier komm ich wieder nach oben, ne? Okay. Hier. To the arena. Okay, das hört sehr gut an. Oh, oh, oh. Hier komm ich zur arena. Okay, ich hab jetzt einen Weg. Ich wollte gerade sagen, ich hab ja zwei Wege, wo ich lang gehen kann. Nee. Ich muss immer mit kratzen. Das ist ja menschlich. Oh my god. Ähm, ja. Hier ist nichts mehr. I know that. Ich hab keinen Plan, wo ich... Das sieht aus, als wenn man da lang kann. Das sieht aus, als wenn man nicht mehr lang kann. Das ist ein Gefängnis? Wow. Holy shit. Was war das? Hab ich gerade eben die Granate geworfen? Ja, ich hab gerade eben die Granate geworfen. So und so. Yeah, oh fuck. Perfekt geworfen. Okay. Oh shit. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Nope. Daaaat. Oh, speed. Okay, to the arena. Aber ich will erstmal gucken, was hier drin ist. Okay. Ganz viel Geld. Ganz viel Geld. Ja, sie muss immer mit uns verlieben. Hallo. Ach, das ist ein Selbstmordantäter oder so. Sozusagen. Sozusagen ein Selbstmordantäter. Ah, okay. Das ist ehrlich. Ein Selbstmordantäter sozusagen. Das kann man so sagen, da. Den leerschießen. Die Munition gleich mitnehmen. Oder die Munition ist einfach voll. Das war sowieso. Warum blinkt das so? Aus, als wenn ich damit irgendwas machen müsste. Ohne Mist. Sieht so aus, wenn ich damit irgendein... Oh, da steht irgendwas. Rot and Pieces. 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 Okay, hier kann ich immer hoch. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich da so ein bisschen länger... Ah, das Wasser ist kalt. Andy. Ich will warten. Ja, ich measurele nicht mit Länge. Ich gehe mit Wicht. Wie kann er eigentlich... Wie kann er eigentlich durch seinen Mantel pinkeln? Frag ich mich gerade. Ich warte jetzt. Ich glaube, ich kann nur die Steine passen. Ein Stein. Oh, verdammt. Nicht die Schäuze. Kann man gut als Thumbnail nehmen, ne? Hey, buddy. Willst du mir eine Hand mit diesem? Das ist ein bisschen schwer. Oh, das ist nicht cool, Mann. Wirklich? Das kann jetzt auch fünf Minuten dauern. Ich bleib... Ich lasse das jetzt. Nicht eine, die zu beurteilen, aber... Warum nicht deine Schäuze auf den Karpfen? Alter, wie lange können wir denn pinkeln? Du weißt, ich hatte einen Freund, der zwei Schäuze auf dem Karpfen hatte. Ich nannte ihn Dose. Ja, dieses Reusband. Hey, schau mal an das, buddy. Habt ihr noch etwas wie das gesehen, das noch weiß? Wirklich? Noch zwei Dialoge oder so. Wow, das ist ein ganz viel Müll. Ich will warten. Ja, ihr könnt weiterspulen. Ich warte jetzt so. Ich will irgendwann wieder ganz sicher wieder den Spielern schreien, sagen. Das dauert. Irgendwas passiert gleich noch. Das weiß ich. Okay. 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 Okay.